Diese Emilie ist was besonderes, ich glaub mal mit A Was? Ja Das heißt doch dann eigentlich... Hä? Alter Alter Ich kann das Alphabet noch nicht, lass mal Wer hat Füße genommen? Okay, ist ja schon gut, ist ja schon gut Nein, nein, nein Ach, das ist so eine Wer hat jetzt Füße genommen? Rauch Boah ey, ihr seid solche Legenden Wer rüber Füße hat, ich werde ihn erschießen Ja, kannst du Maxi gerne erschießen Ey komm, pick jetzt endlich Recruit, Junge Oh Maxi, du bist... Du bist so gemein Maxi Wow Maxi, wow Du bist richtig gemein Ey, er hat gesagt, der Füße hat mit erschossen Maxi, du bist tot Ich hab Füße nicht Du bist tot Ich hab Füße nicht Reche dich Marlin, Marlin, ich kann mich wehren, gell? Dann wehre dich, dann erschieß mich Ist mir egal, wer der Shot kann, ich werde es mir anders überlegen Ich werde versuchen... Du hättest Füße picken können, ich hab Füße nicht Wow Maxi Er ist Anfänger in dem Spiel Er ist Level 6 Und sowas Nein, das ist echt gemein Der Junge kennt auch nichts anderes als Fortnite, das ist er das Ja Hey, was? Alter, jetzt hier's zu weit Das nimmt die aber sofort zurück Ich bin kein Fortnite-Kidiger Oder meinten sie jetzt Marlin? Ja, aber ich beide Okay, Alter, das nimmst du zu weit Moritz wird erschossen Ja, lass Moritz ihn Das wird jetzt doppelt das ist Und passt auf, nicht erschießen Ich hab noch Mohamed in der Hinterhand Das ist so meine... Affenmeerf Was hast du in der Hintergrund? Mohamed? Wett Bist du behindert? Ja, Digga, bist du random fuck, ist das? Ich hab'n Freund gefunden WTF? Du darfst keine Freunde haben Ich hab's gemacht! Nein, das war die Kinderstür Ich werde dich tun Oh Ja, komm runter, Baby Hat ein Herz geschickt Warte, da muss grad... Krass Oh, Alter, da hat jemand was gemacht Ach, das war Ivala Ach Oh, Moment mal, da steht Ne, ja, dachte, das ist ja Hologrammala Emily, wenn du dem jetzt zeigen willst, dass du ein Mädchen bist Dann hörst du hier Testosterone platzen müssen Wehe, tötet ihr den... Woh! Ihr dreckigen Bastardes! Alter! Ihr staunt mich auch noch! Ihr Wichter, Alter! Malin hab mich erschossen Malin hebt mich auf Was? Achso Malin hab mich erschossen Gib mir nicht nur den Kill! Nein, er downed mich auch noch, der Keck! Hab ich? Ja, hast du! Ups! Oh! Digga, ihr müsst eigentlich unseren Teammate für den Killsteal da töten Hey, ich wollt dich eigentlich grad hoch holen, aber dann hab ich nur auf deine Leiche gesichert Warum hast du ihn jetzt getötet, Maxi? Weil er mein Kill gestealte! Ja, ich hab aus Versehen durch die Kill gestealte Weil ich's vorhin angekündigt habe Er hat mich als Fortnite-Kitty bezeichnet Junge, dich doch nicht! Du bist doch meine, äh, große, äh, Babyfrau Aua! Ich hab meine eigene Claimor zerstört Ja, jetzt mach was draus! Das Ding ist, ich würde gerne Maxi töten, aber Maxi tut mir sehr leid! Ha! Maxi, die ist Opfer! Der hat mich ge- der hat mich ge- der hat mich ge- der Testro Maestro Echte? Ja! Fest aus der Ruhe, Junge Jetzt geht die Party ab Ja, ganz ehrlich, ne? Diese, the real, you were down, maybe Hä? Maxi, warum hast du jetzt auch dieses komische Dreieck, als du siehst? Weil ich den einen Dude erschossen hab Jetzt kannst du mich zumindest nicht mehr töten Und Moin kann mich auch nicht mehr töten Denkst du? Ja Denk ich schon Dann soll ich's mal probieren Du kannst es probieren, du kannst mich nicht töten Mein Mates suck Hey! Ja, bitte einmal auf, ja, raus, bitte Nein, nein, Emily, wehe Wehe, du betrayst uns jetzt so Emily ist die einzige, die hier noch auf meiner Seite ist Hä? Friendly fire umkehren Ey, du hast ja gesagt, ich bin gut Äh, weil ich überlebt hab ich bin ich schaffe es halt irgendwie echt immer wieder dass alle mit ihr aber es ist ja meistens was er ernst nicht wieder auf was hat er gemacht hat er hat mich gedauert Hier bin ich wieder auf. Lass es. Oh Junge, du Behinderung. Okay, Emile, ich versteh was du meinst. Siehst du, deshalb will er mit mir Ranked spielen, weil ich solche Mates hab. Und er hat Mitleid mit mir. Ja, ich bin so eine Legende. Oh man, dieses Match. Ich reite auf die Schildkröte. Was macht's dir? Ich hab mir neuer Armut. Maxi, auf Emile zu reiten. Was? Sie lag so schön am Boden. Moment auch, was wollt ihr reiten? Ja, Maxi hat Emile geritten und hat gesagt, dass er aufgehört. Wow. Das ist einfach, wenn man es mal nachdenkt. Nicht nur seltsam, das ist auch seltsam auch. Maxi, der alte Müllvater. Oh lol. Junge, dieser Testo Maestro hackt. Aber wisst ihr, wisst ihr was? Dieser Torrique SS-Diger, der wird mich jetzt direkt killen. Deswegen kann ich eigentlich tun. Warum wollt ihr dich killen? Weil ich ihn gekillt hab. Hä? Der ist gelieft, der eine Dude. Achso, ich dachte, das wird nur angezeigt worden. Außerdem hatte der auch Friendly-Fan. Ähm. Oh Gott. Ähm, wow! Ähm, wow! Äh, äh, äh! Sie machte den Ennis. Ähm, 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 ähm. Ja, ich hab Fuse wieder. Ich kann was tun. Hier, guck, dieser Torrique spielt auch IQ. Äh, locker ist das hier Olli, Alter. Warum hast du null Punkte, Alter? Wer? Ich? Nein. Moritz hat genau null Punkte. Wie? Ja, weil ich, ich hab... Ey, das kann nur ich. Wo ist Hooker? Hooker ist Shisha. Wow. Wow. Tötet sie. Wir können mich nicht mehr töten. Wir haben alles schon... Dreieck. Was? Dreieck? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt I like miss schreibe, Alter? Das wird wahrscheinlich gestreert. Warte, wo ist denn? Scheiße. Wo ist das denn? Hooker ist Shisha-Bar. Ja, aber wo ist das? Da bei meiner Gruppe. Ja, ich hab auch nen Freund gefunden. Ach, oben. Okay. Ja. Ich hab nen Freund gefunden. Das ist genau der. Oh, ich war's keine Freunde. Oh. Tötet ihn. Äh, das ist einfach tot Schank. Lass immer bitte alle töten, Alter. Nein! Ich bin jetzt mit ihm kuscheln. Lass mich jetzt in Ruhe. Nein, wir exekutieren ihn. Du darfst keinen Spaß in dem Spiel haben. Dafür sind sie sich geschaffen worden. Wir sollen jetzt die Alarmanlage nicht an. Emily, das war ein Witz, okay? Du musst mich nicht töten. Ja, aber ein Exus, du carryst mich jetzt in Ruhe. Ich will mitkommen. Also, Boris, du musst ja alles genauso machen, wie ich. Du musst hier das Seil anbringen. Genau an der Stelle und dann hochklettern. Du hast das Besuch. Links angebracht, das ist schon der erste Fehler. Ah! Du bist so unheilig, Alter! Junge ist okay. Aber jetzt muss man sagen, bis zum Glück. Okay, jetzt renn in die Olga. Was ein ekelhafter Huchen, so ein Alter. Ey, da steht ein Bier. Nein! Wow! Ich hätte ihn fast gehabt. Ja, da ist einer. Ey, du weißt, dass sie dich umbringen, gell? Wenn du jetzt nicht handelst. Ey, du weißt, dass das unsere Gegner sind, oder? So? Amelie, du weißt schon, wie die Tasten hier funktionieren. We have dropped the defuser. Ja. Twirken ist nicht. The defuser is secure. Mach jetzt C4! Oder warst du auf dem Motto? Du kennst C4. Oh nein! Dann mach durch Brustgeschoss, Alter! Auf alle! Nein! Bitte nicht! Bitte! Nein! Ja, 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 mach durch Brustgeschoss, mach durch! Ah! Bitte, bitte, bitte! Komm! Voll in die Olga rein, Alter! Oh mein Gott! Töte sie, Emily! Töte sie! Los! Tu es doch! Messern! 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 Auf Ehre! Oh Mann! Können wir bitte Emily abvoten? Nein! Nein! Das war das nervigste Casual-Match, das ich jemals gesehen habe, Alter! Es gibt ja wirklich nichts Schlimmeres! Nein! Du gehst nicht immer in die, wenn du wirklich zu dem gehst, ne? Bis zum nächsten Mal!